Hallihallo und Willkommen zum Let's Play, sofern man das so nennen kann von Galaga, aus dem wunderschönen Jahre 1981. Ein ziemlich cooles Spiel, wie ich finde, und es ist auf jeden Fall mal einen kleinen Blick wert. Es macht nämlich trotz seines Alters wirklich doch einigermaßen Spaß, also wenn man auf so Spiele steht. Und manche Leute vergessen das, und deshalb schauen wir uns das jetzt einfach mal an. So, also Player One, das bin ich, und los geht's. Stage One, super. Aber in der ersten Stage gibt's einen ganz coolen Trick eigentlich, das wissen die wenigsten. Wir müssen halt nur gucken, dass wir jetzt nicht die bösen, diese grünen Ufos, die ihr da oben seht, oder Insekten, oder was auch immer das ist, die dürfen wir nicht abschießen. Da müssen wir so ein bisschen warten, bis uns davon eins angreift, dann passiert nämlich was ganz, ganz cooles. Wir müssen ein bisschen ausweichen hier. Natürlich klappt das niederlich. So, aah, ja, 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 jetzt dürfte hier gleich eins ankommen. Natürlich, ähm, und sich gleich rumdrehen, genau, und den Beam anmachen. Und so, nein, oh mein Gott, oh mein Gott, unser Raumschiff ist gefangen worden. Hilfe, Hilfe! Ja, okay, das ist aber halb so schlimm, denn wir kriegen den auch wieder zurück. Warte mal, eine Sekunde, wir holen uns den einfach wieder zurück. Jetzt dürfen wir ihn nur nicht kaputt schießen. Das wäre jetzt wirklich ziemlich, ziemlich kack, oder ist er? So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir diesen hier, den wir eben gerade angeschaut... Ah, fuck, natürlich schieße ich ihn direkt kaputt, ist ja klar. Mist. Okay, wenn wir Glück haben, kommt der gleiche nochmal runter. Und macht nochmal seinen komischen Traktorstrahl, aber dann haben wir jetzt insgesamt leider einen verloren, was ziemlich ärgerlich ist. Oh, Mann, ich wollte jetzt euch das so gerne zeigen. Verdammt, komm, bitte macht noch einer mal hier den Laser, genau so. Oh, nein, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Oh, wir haben einen Raumschiff verloren! Okay, und jetzt holen wir uns aber den Arschloch. Okay, und jetzt holen wir es uns. So, mit unserem letzten Leben, unserem letzten verbleibenden Leben, holen wir uns jetzt... Ah, das wäre es jetzt aber auch gewesen, dass wir wirklich das Raumschiff dahinter treffen, was auch wirklich eine Kunst ist, ja. Es ist wirklich eine Kunst. Das Raum... So, und jetzt kriegen wir den wieder, und jetzt sind wir nämlich Superhelden. Passt auf, seht ihr das? Jetzt haben wir zwei, es geht leider nicht weiter. Und jetzt sind wir nämlich die absoluten Superkings, ja, weil jetzt sind wir fast unbesiegbar. Jetzt kommt man so richtig schön weit. Da muss man nur noch darauf achten, dass wir nicht abgeballert werden von den Dingern hier. Und dann kommt man wirklich so richtig schön weit. Man verbraucht eigentlich gar kein Leben mehr, sondern man ist fast unbesiegbar. Fast! Ich sag's immer wieder, fast unbesiegbar. Nein! Nein! Natürlich passiert es jetzt, dass ich abgeschossen werde. Ich will's nur zeigen, ich will's nur zeigen. Challenging Stage. Das war das erste Spiel, in dem es Challenging Stages gab. Und das ist auch ganz gut so. Wir müssen halt jetzt immer wieder alle abschießen, dann kriegen wir Punkte. Also jetzt zum Beispiel hier. So, oh mein Gott, wir schaffen... Ich schaff's, ich schaff's noch nicht mal irgendwas abzupacken. Das ist immer die Aufregung, glaub ich. So, Hilfe, 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 Hilfe! Ich schaff gar nichts. Sag mal, was ist denn gerade los in mir? Nein, ich schaff's noch nicht mal irgendwas. Jetzt bleibt doch mal stehen, ihr Wurstfutzenwieselfatzen hier. Das gibt's doch gar nicht. Number 14, ja super, 21, fantastisch. Ein Bonus? Na okay, zumindest ein bisschen. Und wir haben nur noch ein Leben. Fantastisch, Stage 4 und wir haben nur noch ein Leben. Weil ich alle lebe... Verdammt! Okay, wir machen, wir fangen aber nochmal von vorne an. Das lass ich mir nicht bieten. Das, nicht mit mir. So, jetzt machen wir es von vorne rein. Jetzt, jetzt klappt's direkt. So, pass auf. Spiel starten. Wunderbar. Wunderschöne Melodie. Okay. So, jetzt holen wir es uns. Also, wenn das jetzt nicht klappt, dann heiße ich... Äh... Anders. Okay, jetzt dürfen wir... Wir dürfen... Ich darf jetzt hier nicht zu... Zu wild um mich schießen. So, Westernstar-mäßig. So, die drüben holen wir uns alle. Dann nehmen wir mal die Initialgefahr raus. Den da auch. Äh... Ja, hallo. Hehe. Weg mich hinfort mit dir. Okay. So, jetzt müssen wir hier die hier weghauen. So, die Arschlöcher. Kommt jetzt mal hier einer. Ja, genau. Nun, nein. Er wird mich bekommen. Er wird mich fangen. Ich kann nix tun. Wieder das... Wie... Warum kommt mir das so bekannt vor? So. Jetzt geht er nach hinten. Und jetzt kommt so Rache. Aber es ist auch eine interessante Spielmechanik, wenn man sich das mal so überlegt. Dass man wirklich eine, ähm... Eine Figur opfert, sozusagen. Hallo? Ich dachte schon, der kommt überhaupt nicht mehr runter. Dass man eine Figur opfert, um, ähm... Um besser zu werden, ne? Ich mein, effektiv hab ich jetzt ein Leben dadurch verloren. Und dazu sagen, ja, okay. Eins dazu gewonnen. Aber mehr Firepower halt. Seht ihr? Wisst ihr, was ich meine? Ich bin jetzt halt wirklich almighty jetzt geworden. Und das Spiel ist jetzt ungefähr um die Hälfte leichter. Wenn ich mich nicht so scheiße anstellen würde. Was mir natürlich jetzt die ganze Zeit passiert. Was ja klar ist. Ihr kennt das. Es ist immer... Immer, wenn man es nicht gebrauchen kann, klappt es nicht. Das ist meistens... Es ist wieder klar. Jetzt bin ich schon wieder... Mir haben verhielten gerade die Worte. Es war eine außerirdische Sprache. Ich bin assimiliert worden von dieser Rasse von Insektuiden. Und, ähm... Sie haben versucht, über mich Nachrichten ins Internet zu tragen. Ich konnte es gerade noch verhindern. Gerade noch. Ich konnte es gerade noch verhindern. Es hat aber nicht geklappt. Und das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Ach komm. Guck mal hier, 400 Punkte. Nicht schlecht. So, jetzt reicht es aber, ihr... Ihr blöd Männer. Ach komm, diese zwei kleinen Bienen da. Das ist wie im Sommer. Ihr kennt das doch. Beim Grill. Die Bienen nerven. Und man kann sie nicht abschießen. Sie fliegen immer von der Gabel weg. Ähm... Genauso funktioniert das hier auch. Äh... Ungefähr. Ja. Fast. Ja, guck mal. Mal gucken, wie weit wir kommen. Number of Hits 27. Bonus... Zwei. Nein, okay. 2700. 2700 ist gut. Stage 4. Da waren wir das letzte Mal auch. Und im letzten Teil sozusagen. Hallihallo. Willkommen zu Teil 747.000 von Galaga. Wir werden schon wieder abgeschossen. Sind in Level 857 Millionen. Und es macht uns immer noch Spaß. Wie am ersten Tag. Damals 1981, als ich dieses Let's Play anfing. War noch die Zeit. Eine ganz, ganz andere Zeit. Man konnte überhaupt noch nichts aufnehmen. Ich hoffe, hat das mit einer VHS-Kassette aufgenommen. Hab die dann in der Welt einfach rumgeschickt. Also ich hab Let's Plays sozusagen gemacht. Also das war damals so. Man hat sich selber abgefilmt, wie man das Spiel gespielt hat. Und dann Videokassetten einfach random an irgendwelche Leute geschickt. Einfach irgendeine Adresse draufgeschrieben. Und zack, an die zu den Leuten geschickt. So war das damals, 1981. Die wenigsten werdet ihr sich erinnern, aber schon da wurden Let's Plays gemacht. Also in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Das war's von der Space Bienen Front. Und wir sehen uns demnächst wieder. Tschüss und ciao.